Was geht ab? Wieder willkommen bei einer weiteren Video-One Piece-Odyssey. Let's play. Ich dachte, wir sind vor dem Ende. Wir sind nicht vor dem Ende. Ein Minutes soll Diagla kommen. Ja, Pokémon. Sehen wir mal, was kommt hier im Chat. Das ist Meister Robin. Ich erinnere mich, dass er auszeichnen, dass der Wirtschaftler Wafforte erforscht hat. Er schwebt da in seinen Stamm und ihre Stamm in Indels. Was hat er genau beschrieben? Diskriminierung und Erdrückung mit dem Stamm kämpften Muster. Flucht der Marine. Ah ja, also Standard. Standardstand. Unter Sache war Wafforte, dass seine Heimat war. Leute, gab es hier nicht noch was zum Klauen? Nee, ne? Jeder von ihm wurde in Gefangen genommen und hingerichtet. Uh-huh. Okay, 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 okay. Jetzt kommt wieder der Madara, der Boss. The Fart. One Fart is real. Hi, Lucy. The real Fart. The Fardo. So, wo nehmen wir das an? Hier, ja. Irgendwann, ey, muss doch die Zeit kommen, wo wir wirklich wieder die goldenen Kisten aufmachen können, oder? Das muss doch gehen. Das muss doch irgendwann gehen. Geht's da hoch, ne? Hab' ich gesagt, doch, dass er eine Freundin Wafforte treffen will. Wen meint er damit? Sofato. Das weiß ich nicht, eigentlich sollte niemand mehr da sein. Ist er so, dass er von zusammenleben will. Warum sollt er lügen? Naja. Er tut nicht etwas, was es tut, seine Freunde, die wir zu rechnen. Hat nicht gesagt, es tut. Ah, okay. Ja, Rache. Rache, 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 Rache. Safe, Rache. Gehen wir zu Dio. Wenn drüber nachdenkt, können wir liegen hier raus. Ob er lügt oder nicht? Ah, ja. Warten, ob wir werden in Wahrheit schon aus der Raus quetschen. Golbit ist geflohen und wurde von jemandem gefragt. Golbit? Hä? Wann war denn Golbit da? Ich hab' gar nicht gesehen. Es wurde nicht angezeigt, oder? Wurde Golbit angezeigt? Bei ECT. Okay. Hä, aber wo war es? Es war gar nicht angezeigt. Oh, wir sind wieder in unserem Haus, ey. Du hast nicht eingestellt? Was hab' ich nicht eingestellt? Habe ich was vergessen? Ist auch so. Mir ist auch so im Stream anfangen. Das ist nicht angezeigt. Ah, okay, schade. Was hab' ich dich eingestellt? Du müsst'n wieder ein zeigen. Okay, perfekt. Ich schaue dir vor, der erste ist wie in Legenda. So, was ist da los? Warum musst' ich so lange laufen, Alter? Bis zum letzten, bis zum letzten wieder. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. So, jetzt. Oh, danke für die Bits. Shiny hat dann schon gesagt, ob es gut wäre. Okay, okay, sehr gut. Äh, hier ist der Plan aus, gibt's der göttliche, äh, Hauch, weitergehen, Zerstörer, es losgeht. Limm zurück. Ach, scheiße, ich hab' nicht gespeichert, was, und wir verkacken. Amo, Madara. Das ist... ...Poro... ...Poroca? Siehst du, wie ist es Marina? Was? Ich mein' eigentlich, ich hätte... ...ich würde ein Fährte damit in Kräften töten und deine Leichner haben unsere gefallene verbündeten Distributen lassen sollen. Yo, yo, was geht was? Aber stattdessen werden jetzt wieder geplant eine Welt erschaffen und Verfluchsschicksal unseres Volkes ein Ende setzen. Mateo! Mateo! Du bist wirklich hartnäckig, Shiroffi. Das war Lim, eigentlich ist es auch egal. Ja, warum egal? Was hast du gesagt? Ich weiß nicht, was sie euch gesagt hat, aber sie stand mir im Weg. Lim hat gesagt, ihr werdet wie ihr Schwester. Wer ist das? Ist ganz sicher nicht meine Schwester. Meine Wörterfamilie ist tot. Marionette, die ich benutze habe. Neune Marionette? Sie haben diese Insel gestritten ab. Ein Ziel erreicht. In dieser Hinsicht wart ihr auch Lim mir wirklich nützlich. Okay. Aber im Rest kann ich mich selbst kümmern und brauche niemanden mehr. Ich komme mal da rein. Ich werde die solche Sterne besser schaffen. Ich werde sie wieder vernichten und mich aufhalten lassen. Das schließt auch dich im Crew ein. Ja, heilige Scheiße. Ich habe versprochen, dass ich mich zulasse. Schlag ins Gesicht. Ins Gesicht schlägt dir. Nein, ja, ja, ja. Der Mensch wird auf Deutsch. Ja, Mann, auf Deutsch. Wäre mega geil. Öl, was ist das denn? Tornados? Zu spät, Wofi. Du kannst mich nicht aufhalten. Gönlich hier auch ein Gewitter draufgeschworen. Und was ist mit dem Tornado los? Da drin. Dornados. Der Tornado ist ausgelegt. Was für eine unglaubliche Kontrolle über das Wetter. Das hat der Bruder. Alles in Ordnung. Okay, let's go. Was ist ein Vorteil? Wir sind nicht vorteilhaft. Wetter. Oh, Zorro. Zorro macht den... Oh, ja, Mann. Mein Zorro ist... Savardu. Yo, Alter. Wir machen unser Tornado besser gegen seinen Tornado. Was macht der denn jetzt? Irgendein Fisch. Oh, nein. Sehr vorsichtig, Chopper. Es kommt... Was Großes. Okay, was ist mit Nami? Kann Nami uns schützen? Hier mit... Thunderlands Tempo. Mirage Tempo. Er bricht... Bricht das Licht, um einen Klon zu erschaffen. Blendet und verwirrt das Ziel. Nee, ne? Wir brauchen hier nur... Zyklon, Dieb, Thunderbolt, Mirage Tempo. Er schafft eine temporäre Schwankung einer Fatalmütel. Lässt einen verbündeten Eingriff ausweichen. Mich selber oder Chopper? Lass mal Chopper. Mirage? Weil die hat ja gesagt, nur Chopper. Sie selber nicht. Oh, Junge, der Stream ist abgekackt, oder? Fl νertalmütel ist nicht zu her! Blicke es länger. Mach ein sheep! пров Casa. Und das nach Dienstソner! Tempester! Verfehlt. Wow! Roaah's täglich. Oah! Scheiße alter! Sarriản! Es kommt einfach Down! einfach darum aber mensch muss pause machen es geht weiter oder habe ich es geht weiter nach dem stromausfall controller war sogar aus ja sehr gut so was sollte ich tauschen die mit was mit ich wollte er kann ich gar nicht chopper der kann gar nichts machen aber sie können heilen fliegen heilen fliegen nein ich hatte schon auf pause gedrückt länge stromausfall inklusive länge stromausfall ja man so dass alle heilen geht das er geht gar nicht alle fliegen alle heilung geht so ich mache mir kommt wenn wir jetzt wieder irgendwas macht wieder irgendwas angriff mäßiges ich habe offline noch ein bisschen equipment geguckt so dass das wunderbar funktioniert so kommt sagt redhawk ja man sogar mein ding soll ich habe ich meine kette weg redhawk jawoller scheiß ich muss auch einfach 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 tonados gegen als gegner überlebt das ja okay sehr gut donna sich allerdings er gröb denn von hinten so wie war es da wieder filmte wetter station kämpft meipa gegen madara der wetter station auch einfach meteorisch beschwert es ist mal es ist wirklich mal da ein eis aus blitz super heftig gibt es so gut alle und verletzt mein job als verletzt ist ganz schön stark wird vor den besorgten also erledigt nein ok 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 wir baufen uns mit oder baufen wir uns ne wicke aber wir können gar nichts einsetzen aber das ist schätzt das ist schätzt ich dachte wir machen jetzt hier super heilung halt im kampf gefallen kann er hält alle 1000 nur halt alle nur 1000 braucht gar nicht braucht nur chopper 2000 chopper ne scheiß drauf wir machen alle keinen bock zu sterben oder tut es ist stark oder der tut es ziemlich stark verhaut ja haut alle weg habe ich ja ich hoffe alle kommen ich brauche zoro so hat kein special Shit. Zoro hat keine Special. Eigentlich Zoro hätte die gewonnen, glaube ich, Alter. Tut mir leid. Willkommen, erledige ich euch. Zoro, wäre geil. Ah, der hat keine Special. Ah, der kann... Ah, warte, ich habe nur Zoro. Shit. Mist. Was ist mit der Front Attack? Ähm, Lugia. Lugia darf ich benutzen. Hohe Schaden zu. Okay, das ist eigentlich nicht, aber egal. Trifft das alle? Reichweite alle. Soll ich das angreifen? Oder nochmal für Special aufladen? Komm. Das hat auch Typenvorteile, oder? Gymmy, Gymmy, Feuillier. Kyrim, Bisch. Tornado. Ja, zwei Daumen. Boah, das hat gesessen, Alter. Da, das hat gesessen. Ja, Mann. Perfekt. Ich kann meinen Körper nicht kontrollieren. Ja, Chopper, du bist so shit. Und was du von hab? Okay, okay, okay. Okay, jetzt sind wir am Start wieder, oder? Was mit Tony Chopper? Tony Chopper kann gar nichts, ne? Ich kann dir nicht mal heilen. Hm, 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 hm. Warte, wir machen mit. Mit, äh, Dings. Wir geben Special für Zorro. Und dann haut er aber richtig weg. Das ist doch perfekt, oder? Da ist B wiederherstellen. Genau. Für Zorro, das ist... Eine Minute noch, sehr gut. Gebt einfach nicht auf, jawohl. Königshaki. Königshaki, die beide, oder? Und... Oh, warst du nur gegen den? Hä, wieso das denn? Es wirkt nicht gegen das Ding? Göttliche Hauch, konnte ich nicht... Immer wieder stand göttliche Hauch. Äh, wieso hat das Full HP? Oh, nein. Oh, es hat wieder was... Es gibt wieder Tornado, wieder da, ne? Tornado, wieder da. Okay, das trifft das nicht. Ich muss alles, ja. Zorro? Doch, Zorro. Ja, ja, der ist gebufft auch von der Tech, glaube ich. Santru. Oh, ja, Mann. Sehr geil. Haben wir ihn, oder? Oh, Madara ist da, um, Alter, ja. What? Whatzapf? Was ein Wort? Whatzapf? Okay, let's go. Oh. Wen hat er denn da rausgeschmissen? Es ist Lim. Zit hier. Okay. Oh, er ist wirklich ein Fisch. Hä? Es ist wirklich ein Fisch. Der sagt nicht, jetzt wurden wir getrennt, oder was? Endlich steigst du an, deine eigene Willen. Du kannst deine Kraft nicht mehr zurückhalten, nachdem du gefeiert wurdest. Ach, schön. Riechst du so viel Verwüstung an, wie du willst. Tja, es hätte ja Ende der Welt zuheben begonnen. Jetzt wird der göttliche Hauch vermutlich alles aus seinem Weg niederbrennen. Was meinst du, glaubst du, du kannst deine Kraft an einer Kostmann-Freundschaft aufhalten? Halt die Klappe, ich werde diesen blöden Fisch, was, Verknöpfe, 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 Verknöpfen? Verknöpfen gesagt, ja. Ah, wir kämpfen gegen den Fisch. Bist du gut, tut mir leid, aber einer darf hier nicht wild herumtoben. Du musst die Klappe, was, aber einer darf hier nicht, und die Klappe halten. Yo, irgendwas ist auf der Piste anders. Ich frage mich, was du willst. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas scheint es zu entgeben. Eine Windmauer erzeugt. Das habe ich nicht mal Basmo gesehen. Das ist nicht Ideoswerk. Die göttliche Hauch schützt sich. Okay, okay, jetzt hat er eine Barriere, oder was? Ah, okay, Chopper. Oh, Chopper ist wieder. Heilung, alle. Chopper ist wieder back. Sehr geil, ja, Mann. Juhu, sehr aufmerksam, Chopper. Oh nein, er kräft. Oh, 1000, 1000. 400, oh Gott, ist will ich. Okay, wenigstens Zorro ist gegen alle wieder Samtry. Kuckuckuckuck. Oh, Alter, Zorro ist einfach zu heftig. Nein, ich habe Zorro. Ah, Zorro ist aber auch heftig. Der Defense. Habe ich hier schwer Schlaflied abwählen. Lässt die Klang, also eine eigene Schlafhand-Aktion. Sollen wir... Was ist mit Raffi? Haki? Nein. Ah, wir machen mit Brook. Soll ich wieder Waffen? Ja, Brook machen wir wieder. Scheiße, aber wenn er jetzt Raffi angreift... Zorro the Goat. Aber sowas von, Alter. Der Clash hier wirklich alles weg. Oh, wir haben ja... Oh, Freundschaftsangriff. Ja, Mann. Alle. Für keine Teufel, sondern hohe Schaden. Für Kluge, der Teufel. Kommen wir diesmal mit Sanji. Also los, Leute. Let's go. Yo, sure. Kim, 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 Kim. Thunder, Bolto. Alter, was? Alles down. Junge, wir sind OP gegen den Fisch. Fun fact, ich habe gestern Fisch gegessen. Gewitter A besiegt. Gewitter B besiegt. Oh ja, ist besser. Geschafft. Das ist unsere Chance. Mach den Fertig, Raffi. Du bist erledigt, Fisch. Oh, nein. Können wir den? Wollen wir den? Wollen wir den? Oh, Cobra. Ja. Wir gehen in den Fisch, Alter. Let's go. Oder? Sollen wir uns buffen vorher? Come from the 2. Wir kaufen schon. Soll ich? Soll ich direkt drauf gehen? Ja, ne? Komm, 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 Cobra. Die Black Mamba rausholen. Alex, du Fisch. Sneakerman. Give me, give me, come. Oh ja. Das ist geil. Kingu Cobra. Bam, Alter. Oh, 9000 Damage. Ja, mit den anderen kann ich auch. Okay. Scheiße. Das heißt, ich habe falsch gemacht. Ich hätte alle Strategie rausholen sollen. Und zwar erstmal sich buffen. Äh, hier. Erhöhlt alle SP. Ja, genau. Für Zoro seine SP. Bam, so geht das. Und das machen wir mit, äh... Juhu. Sehr aufmerksam. Ja. Jetzt machen wir mit, äh, Brook Waffen. Neue Welt. Ja. Und Zoro macht, macht den fetten Angriff jetzt. Habe ich genug Special für Zoro? Ich hoffe, ja. So, jetzt kommt... Nein, kann ich nicht. Scheiß. Das ist nicht genug. Für die, Alter, hier. Das wäre geil. 26.000. Ähm... Technik Ichibunji Rush-Hormon. Ichibunji, Alter. Oder Rush-Hormon? Nein, komm, Ichibunji. Oh, geil, Alter. Oh, Shura. Oh, 18.000. Oh, johu. Huck. 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 Hier könnten wir wieder... Oh, ich glaub, haben wir Trickbelle gut für... SP auf halt, äh, LP. SP, alle Verbündete. Alter, das ist doch krass. So. Bam. Ja, das ist, das ist doch mal SP-Aufladung. Voll die falsche ausgesucht vorher. Alle voll einfach. So, gebufft hat er uns, ne, schon. Das heißt, wir können jetzt drauf gehen, auch mit Brook, Alter. Ja, jetzt kommt der Blizzard. Mhm. Einmal den Gesang des Todes, man. Wo läuft der überhaupt? Ripper Song. Blizzard Cut. 5000. Sehr gut, okay. Und jetzt machen wir die schöne Cobra hatten wir. Bazooka. Guck, guck. Gun geht auch, ne? 35.000, niemals. Wir machen nochmal die Fotos. Wir machen nochmal die Sneakman. Sneakman. Ich glaube, Zorro macht gleich die. Zorro ist typen Vorteil, ne? Der macht gleich noch mehr Bamage, oder? Bam. 11.000, okay. Zorro. Zorro ist jetzt. Oh, Zorro. Oh, ultimative Technik 3-Schwerter-Stil. Wüstungs-Haki verstärkt. Zorro. Bam, Alter. 17.000. Uh, ha. Ist es wieder wach? Nein, es ist wieder wach. Das hat wieder hier sein Schutz, ja, ja. Aber reicht, oder? Trotzdem, oder? Ah, der hat keine Gegner geholt, ja, okay. Der hat keine Todes-Lüwen-Lied, einfach hier. Ruh, ja, bam. Ein schwerter Stil. Der wird seit Jesus und Son. 11.000, Alter, war es fast so. Einfach One-Hit. Song, Song. Er hat nicht mal geschafft. Der ist so verzeichnet, ist gut, ja. Das ist nicht. Raffi, Gum-Gum-Kong, jetzt. Komm, Alter, jetzt kommt aber hier. Ein fetter Kong. Bazooka? Nee, Kong-Gang. King Kong-Gang. Gear Force. King Gimine. King Kong-Gang. Der auch ist besiegt. Ja, Mann. Aber das ist doch schon, schon Ende. Ja, ja. Das ist schon Ende. Ich denke. Oh, Alter, was? Explosion? Atombombe. Einfach sich selber explodieren. Oh, das ist das Vieh? Kann ich glauben. Das ist das göttliche Haus, ist erloschen. Ja, Junge, wir waren viel besser als dieses Hauch. Easy here going. Weißt du, wie viel Mühe das so krank kostet hat? Raffi! Ja, was ist darunter gefallen? Nicht vorbei, noch bleibt mir, was? Und was auf der Welt muss ich noch mehr? Ja, ich würde mich ja auch geben, so was ich gefunden habe, kann ich von vorn anfangen. Okay, und bist du die Seasal 2? Hey, hey, hey. Lass dich sein in Ruhe. Raffi, wir müssen zum Stand. Sani ist in Gefahr. Ich bleibe hier. Kümmer dich um die Sunny. Hö? Wie alleine? Ich muss hier noch was erledigen. Hä, was ist Raffi alleine einfach? Weißt du, Raffi? Da kommt mir eine Idee. Der Schiff hat er sich durch Unwerte von Waffen geschafft. Ja, der will unser Schiff. Das ist ein ziemlich gutes Schiff sein. Und noch ein paar Waffen eingebaut. Kommt dann bestimmt auch durch die neue Welt. Ja, natürlich. Das Schiff des Königs. Also, dass ich mir Sunny schnappen werde. Ich freue mich, Raffi, du hast dich. Ich bin im letzten Moment als nützlich erwiesen. Ach, der schwätzt wieder. Raffi, ich würde Sunny übergeben. Dachte du mir, du so etwas sagen würdest? Ja, 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 ja. Aber gehört es... Was? Gehört es nicht zum Piraten-Kodex, sich zu nehmen, was man will? Ich tue nur, was ich auch tun würde. Gut, dann bin ich mal jetzt als ein Pirat. Ich werde eine Marine und andere Piraten nieder-Metzeln, um die Welt zu stören. Was labert er, was labert er hier? Du kriegst gleich Schelle wieder? Moment. Vielleicht damit nicht auch der Piraten-König? Tut mir leid, Raffi, die Welt wird mir gehört. Ach, einfach nur sein Zahando. Das verstehst du überhaupt nichts von Piraten sein. Du kannst nicht Piraten-König sein. Der König nimmt einbauen, nicht die Freiheit weg. Hahahaha. Wovon redest du da? Ah, wovon redest du da? Piraten, Piraten, die mir früher die Quere kommen wollten. Derjenige, der sich nehmen kann, was er will, die Welt im Griff hat. Ah ja, das ist der Piraten-König. Wenn wir so Rucht umgeraten haben, können wir unsere Stärke entscheiden lassen. Wer recht hat, das gehört doch auch zum Piraten-Kodex, oder? Ja, ja. Du hast nichts im Griff, ich werde auch nichts zulassen, dass echt jeder zukommt. Wenn du mich selbst beraten nennen willst, dann werde ich dir das ausprügeln. Hä? Hä, warum? Das ist jetzt aber nicht gut von Raphael, jeder kann das sein, was er will. Mit meiner Kraft kann ich alles ergreifen. Oh, komm schon, wir zwischen der Grenze wie die jetzt die Spallern. Hä? 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 Okay, beide mit Riesenhänden, ja. Fühle ich, das wäre das Riesig und Sichtbare Hand, damit ich nicht so wie die Freiheit nicht alles kontrolliert. Komm, hol' hat's. hier aus so funktioniert er ist wieder gesehen es gibt nichts worauf ich glauben kann woran ich glaube kann naja sagen du schon unfair der mit seinen teleportation senden muster auf dein arm was für lust alter meint er mein tattoo hier ja du hast gesagt es wäre symbol deiner familie du hast es also in deine seele bezeichnet daran glaubst du nicht mehr ich werde die welt für alle das kommt in der bank mail auf jeden fall oder die raffi kassiert für die folge bist du schwach ich verwirkliche mein traum ganz alleine was macht er denn jetzt okay auf seine hand ich brauche keine crew keine freunde und das völlig in ordnung ja mann g4 oder snake mann g4 einfach nur okay jetzt mal okay nein ich dachte jetzt macht er hier sie alle im stich lässt okay und wahrscheinlich hat gepasst hey raffi tu doch nicht so also du bist der beratenkönig hinter die ursa der die ursa war gut oder nicht achte ist auch down oder also kunst du meinen händler am ende gar nichts ergreifen ich kann nicht fassen dass meine krankheit mich ausgerechnet jetzt lahm legt meine glieder sind die taub gut dass ich ihnen den kurs von pororo kaffee gegeben hat was ist auch verheiratet vorangehend den navigator apropos was apropos fuß her eigentlich ach die nahe das war ein namen alter ich dachte apropos apropos ich hätte nicht gedacht das sind nachher ja junger ist das wirklich mal daher wurde wirklich ja er wurde gefangen von cheater nachdem schiff er nicht kommen wollen decken sie meine kurzzeitartikel und der kam okay 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 der wurde auch verfolgt und so ne vertreter der regierung wurde für deine lächerlichen verbrechen hingerichtet danach war foto von porora abgebildet die 200 jahren in denen wir leiden mussten verraten diese misskerl weil dem jemand andere die fäden in der hand der raffi steht am ende wie immer oder noch klar wir haben das schiff an andere seite müssen schnell hier weg geht das was wir holen ablos als alles geklärt das wird zurückverhandelt ich kann es nicht glauben was stimmt nicht was ist hier los sie ist sie ist entgegner das ich kenne das euch später also nicht schlimm nein aber wenn es ihr kennt geht das gut google hat keine organ getroffen die würfel hoch tolle nachricht schlimm scheiß würfel einfach in der hand verstehe also du bist limbs echte gestalt lim ist der endbar oder was jetzt das war nur eine kopie von dir endbar bolim du bist die göttliche hauch im letzten kampf aufgehalten hat stimmt's sie ist der fisch ich habe mich aufgehalten du fisch schlimm aber der göttliche hauch hat den leuten die ihr kontrolliert wollte den rücken gekehrt ah ja und damit auch mir seine priesterin die weltweit vergehen sie war die priesterin auf der sogenannten machte dass freundschaft etwas von ihr verlangt zeit aufgegeben haben ok so wie sie keinen göttlichen hauch in der welt zu stören wollte und zerbrach was mir seine unerstöchliche überzeugung gehalten hatte also ich gegen eure freundschaft verloren ja 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 er hat sich selbst getroffen ich bin nicht so sicher wenn ich mal schieße ich auch daneben ja ja okay ist das jetzt an der ende entgehen oder was würde fliegt damit vielleicht nicht aber ich gehen muss alleine du bist nicht alleine du brauchst mir noch den monkey die rufi war das eine trainer das symbol meines volks vergraben oder verschenkt ist mir egal macht damit was sie wollte okay es war nicht seine tränen adg bekämpft jetzt oder der bekämpft jetzt die marina wohl nochmals meine kraft zeigen die marine trifft auch gar nix oder ihn soll es noch in ordnung schafft nicht zulassen dass unser besonderer ort noch mehr so ist es also schon getan haben was machst du da das ist die inseln meiner familie verpassen ich habe da waren die doch jetzt freund oder nicht irgendwie ist jetzt ein paar boden nicht also diese werfen können wir etwas tun markierung oder so adieu wusste vielleicht was passieren aber doppelgänger ja let's go naruto schatten doppelgänger du bist immer da aber alle gleich ja jetzt kommt noch twist twist plot twist ja adieu ist jetzt fort alle alle schiffe sind weg einfach okay siehst du dass du mich gerett hast ja fühle ich irgendwie nicht cool es geht weiter oder was nee oder ich will dir seine kraft nun umgehen aber es geht nicht anders ja weitere geschichte die gar nicht sehen sollte wurde verdeckt ist das das ende näher ich bin richtig verwirrt man denkt so ist endboss finale ende 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 oder doch nicht oder es geht weiter was ist hier los mehrere tage nach dem kampf gegen nioo schneidet bäume holzfäller geworden verliebt einfach unglaublich dass er niemand was es niemals leid bis dieses ding zu schwingen verliebt einfach er mag es halt lass ihn sich trainieren warum kämpfst du dann nicht mehr gegen starke gegner es reicht diese ärger brauchte ich nicht mehr das ist schade dann brauchst du wohl den schatz nicht normal zusammen wir begeben das ist ja gar nicht laufen können okay er ist schon das war jetzt stories ende finish oder gehen wir wirklich natürlich ich habe problem mit deinem leben gegen schätze ein tausch es geht doch ein so haben du es wieder da es geht doch einmal mein leben suchen oder nach diesen würfeln müssen einfach nur gelbe würfe finden was machen wenn wir die befinden das wisst ihr wenn ihr alle gefunden habt kommt schon die suche nach zeug würde ich gerade als theming bezeichnen ja du wirst versuchen sagt bescheid wenn du interesse hast ja sprich mit leben okay ist ja das war das finale oder abgeschlossen trophy nein nichts mit finale kein neues ziel einmal speichern und dann ja das was für die boss folge oder das war doch selbst boss folgen von drei stunden ja mann let's go und dann gehen wir rein in die nächste ok es ist das selbe ende ist es jetzt nur fehler oder kommt noch so boss mäßiges weil sie der endbar wo ist vielleicht das sehen wir nächstes mal haut rein es keine abo fall oder ein leichter wir sind bis zum nächsten mal ciao ciao bis zum nächsten mal 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 Bis zum nächsten Mal.